Moin Moin aus Hamburg. Heute möchte ich euch gerne unser neues Stück präsentieren. Das ist die White Box, Manufaktur aus Holland. Ein wunderschöner Offroad-Caravan, hochwertig verbaut, individualisierbar in fast jeder Hinsicht. Und ja, die möchte ich euch heute mal vorstellen. Gebaut ist die White Box aus 30 mm Sandwich-Material, GFK, auf zwei unterschiedlichen Achsen. Das eine, wie hier verbaut, eine Knott-Einzelrad-Aufhängung. Ansonsten standardmäßig kommt die auf einem Alkohol-Fahrwerk. Kurz zu den technischen Datenmaßen. 4,25 m lang, 2,25 m breit und 2,10 m inklusive Dach-Hailing hoch. Allerdings ein bisschen abhängig davon, welche Achse und welchen Reiben ich benutze. Da gibt es unterschiedliche Optionen, aber so wie er hier steht, dann ist er so. Gewichte. Mit dem Einzelfahrwerk können wir bis 1350 kg Maximalgewicht gehen, ansonsten 1200. Leergewicht je nach Ausstattung so um die 670 bis 700 kg. Die Stützlast beträgt an der Kupplung maximal 100 kg. Im Leerzustand, so wie er jetzt ist, ungefähr 65 kg. Fangen wir an. Wir gehen mal hier zur Küche, die ich als bemerkenswert erachte. Und zwar haben wir hier extrem hochwertigen Möbelbau. Wir haben schöne Arbeit aus MBF-Platten mit richtig guten Scharnieren, die die Klappen auch wirklich zuhalten. Wir haben eine schöne Arbeitsfläche mit dem Säulgas-Gaseranfeld. Hat den Vorteil, ich habe mehr Abstellfläche, ist einfacher sauber zu machen. Vor allen Dingen ist es windunempfindlich. Wir haben eine ganz tolle indirekte Beleuchtung hier. Alles dimmbar. Gibt einfach ein ganz anderes Gefühl. Gerade wenn man abends draußen ist, kann man wirklich die Beleuchtung anpassen, ohne dass es nervt. Wie ich finde, eine extrem coole Beleuchtung. Gibt dem Ganzen natürlich nochmal ein bisschen speziellen Charakter. Im geschlossenen Zustand auch wunderschön anzusehen. Wir haben hier, was die Küche anbelangt, haben wir Wasser. Das ist hier auf der linken Seite untergebracht. Hier haben wir zwei Kanister. 10 Liter, das heißt 10 Liter Frischwasser, 10 Liter Abwasser. Da bleibt auch noch ein bisschen Stauraum, sodass man da den Platz auch nochmal allerweitig nutzen kann. Wie man sieht, wir haben hier Dachträger montiert auf der Reling. Die Lasten sind dynamisch 100 kg und statisch bis zu 250 kg. Vorbereitet bereits für eine 240-Grad-Markise. Wie leider im Moment viele Sachen nicht lieferbar. War zumindest für heute nicht da. Wenn wir jetzt hier mal auf die rechte Seite vom Fahrzeug schauen, haben wir hier auch ein optionales Beserberrad. Radgrößen 235, 85, 16. Also durchaus gängiges Maß. Kotflügel, bei dem Modell hier aus Metall gearbeitet. In der Standardausführung sind die aus Kunststoff. Sind begehbar, halten also auch wirklich was aus. Wobei ich ehrlicherweise immer auf den Reifen steigen würde. Zum Heizungssystem gibt es folgendes zu sagen. Hier haben wir verbaut eine sogenannte Propex-Heizung. Die arbeitet mit Gas und Elektrik. Das heißt, habe ich Strom zur Verfügung, kann ich elektrisch heizen. Wir haben 500, 1000 und 2000 Watt Heizleistung. Und wenn sie über Gas läuft, dann haben wir 1,9 kW. Also für den Innenraum bis minus 20 Grad oder weniger sollte überhaupt kein Problem sein. Ein tolles Feature ist hier, dass wir den Zugangsschlauch in die Kabine mit einem Schalldämpfer kombiniert haben. Das heißt, die Geräuschentwicklung in der Kabine beim Heizen ist deutlich reduziert gegenüber einem normalen Schlauch. Jetzt kommen wir zu der Kabine als solches. Das ist in der Tat etwas, was es meines Wissens zumindest in der Form noch gar nicht gibt. Wir haben hier ein Bett von 2,10 m Länge und 1,60 m Breite. Die Gesamtkabinenlänge innen ist 2,40 m. Das heißt, wir haben auch für große Menschen genug Platz. Wir haben ein extrem gemütliches Bett, richtige Matratzen mit einem echten Holzlattenrost. Wir haben Features wie diesen ausklappbaren Tisch. Den kann ich von außen benutzen. Den kann ich aber vor allem, wenn ich drinnen sitze, als Arbeitstisch zum Filme gucken, Essen zum einen gebrauchen. Er ist selbstverständlich auch so geformt, dass man die Tür auch zumachen kann, wenn der Tisch aufgeklappt ist. Ansonsten haben wir tatsächlich sechs Fenster. Wir haben zwei auf jeder Seite, links und rechts. Wir haben ein Dachfenster mit Zwangsbelüftung, das ist klar. Und wir haben noch ein Fenster zur Front. Alle sind zum Öffnen und alle sind ausgestattet, selbstverständlich, mit Fliegengitter und Verdunklung. Jetzt gucken wir mal in den Innenraum. Ich gehe mal auf die andere Seite. Also wie man schon sieht, extrem gemütlich. Auch hier schöner, heller Möbelbau. Wir haben riesige Staufächer oben, verschließbar. Da passt also Unmenge an Klamotten rein. Wir haben darunter nochmal offene Staufächer. Wir sehen da hinten den Heizungsauslass, den schwarzen. Also das heißt, die Heizungsluft kommt auch an den Füßen raus, wo sie hingehört. Ansonsten haben wir hier eine wunderbar gemütliche Rückenlehne. Eine große Ablage quer rüber für alle möglichen Kleinkram. Wir haben hier 220 Volt Steckdosen. Wir haben in den Leselampen nochmal USB. Und was es sehr angenehm macht, ist, wir haben sämtliche Elektrik voll zugänglich hinter der Rückenlehne verbaut. Hier haben wir jetzt eine 100 Ampere Victron Lithium. Also auch alles hochwertige Komponenten. Ausschließlich Victron verbaut mit Fi-Schalter etc. Also da sind wir da auf einem guten Standard. Ja, ansonsten, wie man sieht, denke ich, extrem gemütlich. Wir haben hier im Himmel einen geräuschstämmenden und von der Haptik her extrem gemütlichen Stoff. An der Decke. Auch hier ist die ganze Beleuchtung dimmbar. Wir haben auch hier unten drunter, das kann die Kamera wahrscheinlich nicht einfangen, auch nochmal Steckdosen, USB, 12 Volt Anschlüsse. Wir haben an der Seite Schalter auch für die Außenbeleuchtung selbstverständlich. Und ja, das ganze Ambiente ist einfach nur zum Wohl spülen. Das ist in der Form, habe ich kein Fahrzeug bislang gesehen. Jetzt gehen wir noch einmal nach vorne an die Staubox. Da haben wir eine wirklich große, massiv gebaute, sehr stabile Box. Platz für 2 x 5 kg Gasflaschen. Das heißt, ich habe auch immer Reserve dabei. Pempskeile, alles kann man da unterbringen. Mehr geht auf so einem Fahrzeug nicht. Alternativ kann man natürlich auch eine kleinere Box nehmen, das mit einem Fahrradträger vielleicht kombinieren. Da muss man dann aber die Kompromisse finden zwischen Gasvorrat und Gepäckmöglichkeiten. Jetzt können wir einmal noch zu unserem zweiten Modell langsam rüber gehen. Das ist im Prinzip das gleiche Fahrzeug, gleiche Bereifung, gleiches Fahrwerk. Hier haben wir uns aber mal auf eine ganz andere Außenfarbe geeinigt. Und vor allen Dingen der Möbelbau als solcher ist natürlich identisch. Nur die Farbgestaltung ist mal ganz anders. Einmal sehr dunkel Anthrazit. Wir haben eine Echtholz-Bambus-Arbeitsfläche. Für mich persönlich eigentlich die schönste Farbkombi. Und was das unterstreicht, denke ich, ist, dass jede Farbwünsche sind hier also durchaus realisierbar, was Möbelbau und auch Lackierung anbelangt. Und ein letztes Wort, das ist nicht foliert die Seiten, sondern das ist tatsächlich lackiert. Ja, also wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Infos wollt, immer gerne schreiben, anrufen, wie auch immer. Preise nennen wir im Netz nicht, weil das gibt auf lange Sicht immer nur Diskussionen, weil die Dinger natürlich nicht günstiger werden. Also insofern einfach anfragen und sich überzeugen lassen, anschauen. Bis Hamburg oder Dasing. Tschüss. Moin Moin aus Hamburg nochmal. Ja, wie es manchmal passiert, man vergisst dann was. So, noch einmal kurz zum Fahrwerk. Das ist jetzt ja die Knott Einzelradaufhängung. Und dass man das einfach mal gesehen hat, ist ja nicht nur die Dämpfung, die besser ist, sondern vor allem die Bodenfreiheit wächst damit natürlich dramatisch. In der Mitte des Fahrzeuges gegenüber einer Starachse. Von daher, wir haben hier so im Mittel ca. 35 cm Bodenfreiheit, was wirklich gewaltig ist. Dann haben wir natürlich oben auf dem Dach noch die Solaranlage. Die hat so 250 Watt. Damit kann man also ordentlich was anfangen. Insbesondere dadurch, dass wir einen Kompasser-Kühlschrank verbaut haben. Die Kombination mit der 100 Ampere Lithium-Batterie von Victron. Mehr als ausreichend für diese Größe. Und jetzt nochmal zum Innenraum. Da hatten wir ja schon gesagt, dass die Technik da verbaut ist. Und hinter der anderen Rücklehne natürlich auch nochmal Stauraum. Was hier nochmal eine ganz schöne Sache ist, in der Kabine ist das zusätzliche optionale Kinderbett. Beziehungsweise dann auch die Erweiterung von Ablagemöglichkeiten. Ob nun Kind oder Hund, Gepäck, was auch immer, lässt sich hier hervorragend unterbringen. Und wie man hinten sieht, in den Halterungen dann auch aufrollen und platzsparend unterbringen. Also, das noch als Nachtrag. Ansonsten freuen wir uns von euch zu hören. Danke. Ciao, ciao.